zieht es euch auch immer wieder nach teneriffa habt ihr auch hin wie wir stellen teneriffa vor und zwar wir sind diana ruttel und olaf hübner und wir haben filmbeiträge über verschiedene themen wissenswertes zum beispiel ausflugstipps sport ja mietwagen was ist zu beachten gastro tipps ja da komme ich eine nienummer genau also immobilien auch ein bisschen also schaut es euch an abonniert den kanal da wird er einige menge erfahren über teneriffa